Der Klimawandel fordert die Landwirtschaft. Steigende Temperaturen erhöhen zum Beispiel die Wasserverdunstung, können auch bei Pflanzen zu Sonnenbrand führen und trocknen die Böden aus. Ungünstige Niederschlagsverteilungen und vermehrte Starkregenereignisse erhöhen das Risiko für Bodenabschwemmungen und es kann auf die Krümelstruktur des Bodens darunter leiden. Das sind nur einige Beispiele, wie der Klimawandel die Bäuerinnen und Bauern fordert. Was auf die Bio-Ackerbaubetriebe zukommt, wie die Beratung darauf reagiert, welche wertvollen Erfahrungen es schon gibt und wo auch Herausforderungen bestehen, das erfahren Sie heute im Podcast Agrarseinswissen Kompakt der HPL-Fahrer und Per Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass ich Diplom-Ingenieur Heinz Köstenbauer einen Innovationstreiber und sehr profunden Bio-Berater bei mir begrüßen darf. Lieber Heinz, danke, dass du Zeit hast für dieses Podcast-Gespräch. Herzlichen Dank, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich zu dem Thema mit dir sprechen und diskutieren darf. Das ist ein spannendes Thema und es ist ein Thema, das mich jetzt zunehmend beschäftigt natürlich. Ich mache seit rund 25 Jahren jetzt Bio-Beratung in der Steiermark, schwerpunktmäßig Ackerbau und Schweinehaltung und die Herausforderungen sind vielfältiger geworden in diesen 25 Jahren, definitiv. Die Schwerpunkte haben sich verlagert und es ist aber auch schön zu sehen, dass Themen wiederkommen, beispielsweise gerade der Boden, der puncto Klima zunehmend wichtigere Rolle spielt, war am Anfang ein großes Thema, ist dann im wirtschaftlichen Aufschwung von Bio vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten und ist jetzt wieder das Thema schlechthin, mit dem wir auf die Betriebe rausgehen. Machen wir vielleicht mit dem Boden an, oder? Gerne. Dass man ein bisschen sozusagen jetzt der Herausforderung im Klimawandel, was kann man im Boden, warum ist der Boden so zentral? Naja, der Boden ist ja nicht nur das, wo sich eine Pflanze festhaltet für uns im Bio-Ackerbau, sondern der Boden ist eigentlich die Basis allen Wachstums und in weiterer Folge auch für uns Menschen. Der Boden hat einfach für die Pflanze eben neben dieser Standortfunktion, dass sie sie festhalten kann, einfach auch die Funktionen, dass er einfach Wasser und Nährstoffe speichert, dass er die Pflanzenwurzeln mit Luft versorgt, also dass die Atmung des Bodens sichergestellt wird und ist damit einfach das um und auf. Ist ja ein wertvolltiger Filter, ist ja auch noch dazu, oder? Genau. Wenn man denkt, Nährstoffe, die kalten werden im Boden und nicht ausgeschwimmt werden. Wenn wir weiterschauen auf die volkswirtschaftliche Bedeutung natürlich, dann ist Boden einfach die knappste Ressource, die wir überhaupt haben und andererseits auch die wichtigste. Alle reißen sie sich drum, dass sie einfach Boden verbauen dürfen. Wir landwirtschaftlichen Betriebe bräucherten den Boden, damit man was anbauen können und als Nebenprodukt sozusagen filtert der Boden das Wasser, das Grundwasser, das wir wieder als Trinkwasser in Österreich zum Glück ausreichend haben. Ist ja nicht so selbstverständlich. Genau. Aber natürlich auch die Rohstofffunktion und eben diese Funktion für nachwachsende Rohstoffe, für Energieproduktion. Der Boden ist einfach das Thema, um das man sich wirklich reißt. Und wenn man jetzt Richtung Klimawandelanpassung den Boden in den Fokus rückt, natürlich es gibt sehr viele unterschiedliche Bodenarten, einmal prinzipiell. Aber was sind so die großen Stellschrauben, auf die der Bauer, die Bäuerin achten soll, damit der Boden klimafit sozusagen wird? Also wir greifen ja sehr regelmäßig in den Boden ein und ich sage mal, es geht nicht ohne Eingriffe. Du meinst Bodenbearbeitung? Im Bio-Ackerbau ist Bodenbearbeitung in einem gewissen Umfang. Es gibt gute Betriebe, die es ohne oder mit ganz wenig schaffen, aber eigentlich ein gezielter Eingriff macht Sinn. Ich muss mir nur immer überlegen, was will ich erreichen mit meinem Eingriff und was es immer gibt, sind Kochbuchrezepte. Ich habe zwar immer schon gesagt, im Bio-Ackerbau gibt es kein Rezept, wie es sicher funktioniert, aber es wird zunehmend weniger. Man muss zunehmend genauer hinschauen und überlegen, was will ich in der jetzigen Situation erreichen mit meinem Eingriff in den Boden? Man hört sehr viel minimale Bodenbearbeitung. Warum ist das überhaupt, sagt man das minimale? Früher hat es ja geheißen, der Pflug, der war entscheidend dafür, dass sich die Landwirtschaft so positiv entwickelt hat und jetzt ist der Pflug teilweise schon ein bisschen fast verrufen. Vielleicht beleuchtest du das Thema einmal. Der Pflug ist deswegen so gehypt geworden, weil er natürlich puncto Ertrag und Ertragssicherheit in den letzten 40, 50 Jahren, wo einfach intensiv gepflügt wurde, schon einfach ein Faktor war, der nicht wegzuleugnen war. Und auch heute noch ist, puncto Ertrag ist der Pflug kurzfristig oft einmal die bessere Variante. Allerdings, je mehr und je öfter und je intensiver ich, Beispiel Pflug, in den Boden eingreift, umso mehr zerstöre ich Struktur. Weil ich es vergrabe, oder was ist der Grund, warum zerstöre ich Struktur? Weil ein Bearbeitungsgerät, das wir uns vor Augen führen, kann eigentlich nur zerstören. Es gibt keine Maschine, die jetzt Bodenstruktur aufbauen kann. Das kann eigentlich nur die Biologie, die Wurzel und das Boden leben. Aber die Maschinen, und dort und dort brauche ich das eben auch, dass ich einfach Verdichtungen bricht, zum Beispiel, dass ich vermehrt Luft einbringe, dort und dort brauche ich etwas stärker den Eingriff in den Boden, in dieses Gefüge im Boden, aber nur dort, wo es wirklich notwendig ist. Oder der Pflug holt mir ja die Nährstoffe, die weiter unten sind, durch dieses Wenden wieder herauf. Und will ich das nicht eh? Das will ich zum Teil ja auch wirklich haben, natürlich. Oder ich schaue von vornherein drauf, dass ich einfach mit der Fruchtfolge, mit Pflanzenwechsel wirklich das und angepasster Düngung, dass die Nährstoffe gar nicht so weit runterkommen, damit es nicht mehr erwischt. Oder dass ich es mit den Wurzeln aufholt. Natürlich. Die Wurzeln. Das kann da eine Variante sein. Genau. Okay, wenn ich den Pflug hinsichtlich jetzt Wasserhaltevermögen im Boden betrachte, wie ist da der Pflug einzustufen? Der Pflug bringt so viel Luft im Boden ein, dass mit diesen großen Bohren, die da entstehen, definitiv immer das Wasserhaltevermögen zurückgeht. Okay. Der Pflug, das hat lange Zeit nicht so eine Rolle gespielt, weil der Pflug viel im Herbst eingesetzt geworden ist. Über den Winter ist der Boden, hat sich wieder gesetzt. Durch den Frost sind einfach die Krümel in Einzelteile zerfallen. Frostgare hat man gelernt auf der Niederschläge damals noch. Wobei wir heute unter Gare definitiv was anderes verstehen als dieses Einzelkorngefüge, das der Frost da eigentlich entstehen lässt. Nein, aber der Punkt ist das, in der Vergangenheit war es oft so, dass ausreichend Winterniederschläge dafür dann gesorgt haben, dass sich der Bodenwassergehalt wieder gefüllt hat. Heute sehen wir aber eben Boden blank über den Winter gehen lassen. Punkto Erosion gibt es nicht nur den Faktor Wasser, sondern auch den Faktor Wind. Das sind alles Sachen, und eben dieses Zerstören eigentlich der Garestruktur, weil es ja wirklich nur noch ein Einzelkorngefüge ist, was dann da ist, das sind Nachteile, die ich nicht haben will. Das heißt, wenn ich im Herbst aber nicht pflüge, im Frühjahr habe ich definitiv das Problem, da nehme ich mir den Wasservorrat für den Sommer weg, wenn ich zum Beispiel den Pflug im Frühjahr einsetze. Das heißt, Minimalbodenbearbeitung, seichte Bodenbearbeitung, das sind so Themen, die jetzt stärker gekommen sind in den letzten Jahren, oder? Kann man das so sagen? Die kommen stärker, werden stärker, auch deshalb, weil einfach die Geräte und dafür, die geeignet sind, einfach vielfältiger werden. Und weil das Wissen darüber, auf was man aufpassen muss, ein Höheres wird. Also man weiß einfach viel mehr, welches Gerät, welches Grupperschar, es geht nicht nur mehr darum, tue ich Gruppen oder nicht Gruppen, sondern ganz gezielt, welche Schar, welche Scharbreite, Scharform, Scharanstellwinkel, es sind so viele Sachen, die ich da berücksichtigen sollte, damit ich eben ein optimales Ergebnis habe. Und es geht nicht immer nur um Saatbeetbereitung, sondern es geht ja auch um Beikrautregulierung und so weiter, also die Gerätschaft, die Mechanik, das muss zusammenpassen, oder? Diese Grundbodenbearbeitung schafft einfach die Basis dafür, dass dann die Beikrautregulierung gut erfolgen kann. Wenn wir über Wurzel und Kräuter reden, dann ist diese Grundbearbeitung schon sehr wichtig, weil die einfach den Lebensraum für diese Wurzel und Kräuter reduziert, indem Verdichtungen gebrochen werden, indem Rhizome an die Oberfläche geholt werden. Und das ist einmal die Basis dafür, dass ich dann eben die Beikrautregulierung, sprich Samen und Kräuter, in der Kultur gut in den Griff kriegen kann. Früher habe ich es vielleicht auch vergraben können, oder, mit dem Pflug, die Beikräuter zum Teil, indem ich es eingegraben habe, oder? Und jetzt, wenn ich seichter arbeite oder das nicht mehr nutze, dann muss ich mir andere... Das stimmt. Man hat einen höheren Unkrautdruck, wenn ich ohne Pflug arbeite. Gerade früher hat man ja viel tiefer pflügt. Heute geht man eher dazu, über seichter zu pflügen. Manche sagen dann sogar schon, das ist gar kein Pflügen mehr. Und das ist für mich schon der Punkt, wo der Pflug nach wie vor sehr Berechtigung hat. Wenn ich es schaffe, nicht auf 30, sondern auf 15 Zentimeter, vielleicht sogar noch seichter zu pflügen, dann ist das natürlich ganz ein anderer Effekt. Weil, wie wenn ich auf 30 Zentimeter quasi das, was ganz unten war, am Bodenleben, raufhole und das, was roh ist, runterbringe, weil ich einfach die unterschiedlichen Ansprüche habe, die Bakterien, die Pilze, die da drinnen leben. Und das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn ich die verkaube. Richtig. Ein Kollege hat jetzt einmal gesagt, das ist so, wie wenn ich jedes Jahr die Fische aus dem Teich hole und in den Stall gebe und die Viecher aus dem Stall, die tue ich unter die Erden hinein, ah, durch den Teich hinein, also die Kühe. Und das heißt einfach, der Lebensraum passt nicht mehr zusammen nachher. Ich werde nicht erfolgreich sein und das nehme ich mir mit dem Flug schon ein bisschen langfristig. Okay. Also in der Bodenbearbeitung zu reagieren, macht Sinn. Wie reagiere ich in der Fruchtfolge? Es verlängert sich die Vegetationsperiode. Wir haben einen früheren Start im Frühling, der Herbst dauert länger. Ich könnte mehr Winterungen vielleicht einbauen, weil es im Winter doch noch mehr Niederschläge gibt als im Sommer. Wie ist da sozusagen deine, was verändert sich da in der Praxis? Wo geht es da hin? Wo begleitet ihr da die Bäuerinnen und Bauern? Die Fruchtfolge ist der Bereich, wo es am deutlichsten wird, was mir wirklich wichtig ist in diesem gesamten Klimakonnex, nämlich die Vielfalt. Die wir eigentlich auch bei der Bodenbearbeitung zunehmend brauchen, weil es nicht ein Rezept gibt, weil man nicht vorhersagen kann, wie der Mai wird, wenn es jetzt gerade den 1. April hat. Und auch in der Fruchtfolge heißt einfach Vielfalt, Risikominimierung. Weil es ganz selten ist, dass einfach alle Kulturen schlecht abschneiden, dass einfach die Düre unter Umständen zum Zeitpunkt kommt, wo die ersten Getreideorten schon droschen worden sind oder wo es keine Auswirkungen mehr hat. Aber der Mai ist zum Beispiel voll leidet, weil einem das Wasser in der Hauptwachstumszeit ausgeht. Wenn ich da ein gutes Splitting habe aus Winterungen, Sommerungen, frühräumenden Kulturen, späträumenden Kulturen, dann nehme ich mir einfach da ein bisschen Risiko und gewinne Sicherheit in meinem Betriebserfolg. Das heißt, Biodiversität ist einmal ein Riesenbiodiversität, in dem ich unterschiedlichste Kulturen kombiniere, ist einmal eine wichtige Versicherung ein bisschen, kann man sagen, oder? Ist es, absolut in meinen Augen, was nämlich noch dazukommt, auch diese Volatilität der Märkte, einfach, dass Kulturen oft einmal bis zum Herbst eben der Mais schon abstürzt im Preis, obwohl man im Mai noch glaubt hat, das wird die Erfolgsgeschichte schlechthin. Auch das Risiko kann ich mir nehmen, indem ich da immer auf unterschiedliche Kulturen setze. Okay, und wenn wir uns jetzt sozusagen in der Steiermark befinden, in welche Richtung verändert sich die Fruchtfolge aktuell? Aktuell bin ich natürlich auch betriebswirt. Und aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus bin ich einfach bei Hackfrüchten wie Mais, Sonnenblume oder auch bei der Säuerbohne, die einfach momentan im Biobereich betriebswirtschaftlich definitiv die Nase vorn haben. Insgesamt ist es aber schon so, dass wir einen Trend zu Winterungen haben. Wenn ich jetzt die Ackerbohne hernehme, wo zunehmend auch die Winterform der Ackerbohne angebaut wird. Also ist die Zucht schon so weit, dass wir nicht mehr Frühlingsanbau bei Ackerbohnen, sondern... Es gibt einfach beides, aber es ist einfach die Winterhärte besser geworden, der Sorten, die verfügbar sind. Andererseits die Winter halt auch nicht mehr ganz so extrem. Aber auch, es war viel Lernen dabei, dass man einfach gelernt hat, Winter Ackerbohne kehrt auf sechs Zentimeter Minimum in den Boden tief rein, damit sie gut über den Winter kommt. Okay. Also Winterungen nehmen zu. Und bei den Sommerungen sind es, ist es einfach für mich die Risikosplittung dahingehend, dass ich genau wie bei der Bodenbeweitung vielleicht ein Teil der Fläche im Frühjahr gruppere, ein Teil nur mehr Minimalbodenbeweitung mache, ist es da so, gerade wenn Wasser eine Rolle spielt oder Wasserknappheit eine Rolle spielt, dass ich einfach ein Splitting aus frühen und späten Reifezahlen mache, aus frühem und späten Anbau. In Gemengeanbau, also in Mischkultur? Nein, auf Flächensplitte. Also gerade das heurige Jahr, wir haben jetzt Anfang April die ersten Maisbestände gesehen, auch im Biobereich fängt man zum Teil schon an und die halten es nicht für einen kompletten Blödsinn, sondern würde aber auf keinen Fall meinen gesamten Mais jetzt sehen, sondern sagen, auch ein Betrieb mit zehn Hektar Maisanbau macht halt ein Teil früher, ein Teil später. Das macht absolut Sinn. Kommen neue Kulturen jetzt auch herein stärker, wo man sagt, okay, aufgrund des Klimawandels? Bei den neuen Kulturen ist es im Biobereich sind es vor allem die Speiseleguminosen, die in zunehmender Rolle spielen, die auch tendenziell vom Trockengebiet in das vormalige Feuchtgebiet einwandern. Das ist halt der Bereich, wo man weiß nicht genau, wie es wird, die Richtung ist vorgegeben, es wird trockener, es wird wärmer, aber dann hat man wieder ein Jahr 2023, der sehr feucht ist und dann ist man natürlich mit Speiseleguminosen wie Linsen zum Beispiel oder Kichererbsen in der Steiermark schlecht aufgestellt, weil denen einfach die Wärme fehlt zum Teil, aber auch der Unkrautdruck natürlich bei uns dann schon sehr hoch ist und die dann schwer sauber zu halten sind und guten Ertrag zu erreichen. Aber das ist der Bereich, der sicher momentan zunimmt, wo viele Betriebe vorwiegend in der Direktvermachtung jetzt Versuche anstellen, weil die Konsumentinnen, das natürlich schon regional, regionale Hülsenfrüchte, das ist definitiv ein Thema und schwer zu bekommen. Wie schaut es mit den Anbauterminen insgesamt Herbst, baut man jetzt im Herbst die Winterungen früher an, später an und wie ist es im Frühling, also was sind da die Veränderungen im Vergleich zu dem, was wir früher gelernt haben? Also im Herbst, nachdem es ja sehr wohl auch dann einmal wieder einen nassen Herbst gibt, wo man spät gar nicht mehr reinkommt, empfehle ich eher nicht zu, unbedingt später zu werden, aber mit der Saatstärke runterzugehen und stärker auf die Bestockung zu setzen, weil Wintergetreide, auch die Winterackerbohne, ja das über Bestockungstriebe sehr gut ausgleichen kann und das eigentlich leichter zum Erraten ist. Und das Wichtigste ist, das was wir wirklich seit 25 Jahren davor schon gesagt haben, ist trocken arbeiten. Wenn ich einfach Anfang Oktober eine trockene Woche habe, dann will ich mein Wintergetreide auch den Winterweizen schon anbauen, wenn es sich vom Ocker her ausgeht. Trocken arbeiten, weil es Bodenschutz bedeutet. Weil es Bodenschutz bedeutet, weil es nicht verschmiert, weil einfach der durchwurzelbare Raum nicht eingeschränkt wird, weil man muss sich vorstellen, eine Herausforderung der Minimalbodenbeweitung ist ja, wenn ich zum Beispiel zu feucht reinfahre mit einem Werkzeug und ich arbeite nur fünf Zentimeter tief und habe da einen Schmierhorizont, dann hat die Pflanze nach fünf Zentimeter Wachstum schon ein Problem. Wenn ich mit dem Pflug auf 30 Zentimeter unten geschmiert habe, dann sind ein paar Wurzeln schon darunter gekommen, aber es war trotzdem sehr viel durchwurzelbarer Raum da für die Pflanze. Also man muss nicht zuletzt deshalb hat sich der Pflug so lange so gut gehalten. Es kann nicht viel schiefgehen mit dem Pflug, aber es ist definitiv nicht die beste Variante. Okay. Wenn man den Bereich Winterrungen, Winterbegrünungen anschaut, da verändert sich ja auch einiges. Was ist da deine, was hast du daraus gelernt in den letzten Jahren? Also da hat es in der Beratung und inzwischen auch bei den Betrieben definitiv eine Weiterentwicklung gegangen, waren es ursprünglich die abfrostenden Begrünungen, die wir empfohlen haben, um im Frühjahr eben mit Minimalbodenbearbeitung dann ein Saatbett zu bereiten. Und das geht leichter, wenn das Pflanzenmaterial schon abgestorben ist, sehen wir heute dort, dass für die Bodenstruktur eine lebende Wurzel unendlich viel besser wirkt. Und die Winterharte Begrünung im Frühjahr natürlich schon eine größere Herausforderung darstellt, die bodenschonend pflanzenverträglich einzuarbeiten. Da gibt es die unterschiedlichsten Geräte aber inzwischen und wir machen laufend Vorführungen auch, wo wir das einfach dann herzeigen, dass das wichtig ist, dass das Gerät richtig eingestellt ist. Es gibt in dem Sinn wirklich nicht gute und schlechte Geräte, sondern es muss der Zeitpunkt passen und es muss die Einstellung passen und dann geht das auch ganz gut. Aber die Challenge ist schon eine wesentlich größere, aber das macht es auch spannend. Ja, gerade im heurigen Jahr habe ich gehört, dass die Winterharten extrem gut dastehen, also überproportional gut, dass das dann schon riesige Mengen an organischer Masse sind, die man bewältigen muss, oder? Ja, wir haben heuer Anfang April jetzt eine Wärmesumme von 190 Grad gehabt. Üblich wären eigentlich knapp 90 Grad, also mehr als das Doppelte schon und entsprechend üppig sind eben die Begrünungen da. Und diese Grünmasse einzuarbeiten ist schon eine Herausforderung. Da bin ich aber beim zweiten wichtigen Punkt, der Begrünungen. Wir sollten die Begrünungen viel stärker nicht mit den Augen einer Kuh anschauen, sondern mit den Augen des Bodenlebens, des Regenwurms. Wichtig ist nämlich nicht nur, dass oberflächlich viel Masse da ist, sondern dass eine intensive, vielfältige Durchwurzelung ist. Und so gut die Entwicklung generell im Ackerbau ist, dass man viel mehr Begrünungen über den Winter sieht, sind die meistens sehr monoton gehalten. In der Regel ist es einfach nur eine Pflanzenart, die da ist und die Vielfalt wäre einfach so wichtig. Weil wenn man sich die Wurzelsysteme anschaut, dann geht es genau darum, dass ich die Pfahlwurzel von einem Rübsen habe, aber genauso das Büschelwurzelsystem von einer Winterwicke und vielleicht noch das grasartige Wurzelsystem eines Grünschnittrockens dazu. Und diese Vielfalt schafft dann erst die Krümmelung. Oder auch Gräser, die man oberflächlich fast nicht sieht, die tragen im Boden einfach unendlich viel für Struktur. Das heißt, du bist ein Fan dazu, dass man auch vielfältige Mischungen sozusagen in dem Bereich in den Zwischenfrüchten einsetzt? Unbedingt, denn provokant gesagt bauen auch wir Bierbetriebe ja nur Monokultur an. Weil in einem Jahr steht nur Mais da mit ein bisschen Beikraut drinnen. Und bei den Begrünungen haben wir eben die Chance wirklich diese Vielfalt reinzubringen, die in der Natur selbstverständlich ist. Und dann habe ich auch ein vielfältiges Bodenleben. Es ist ja auch eine Kaskade wie überall im Leben, oder? Wenn ich vielfältige Nahrung den Bodenmikroorganismen zur Verfügung stelle, dann habe ich unterschiedlichste Bodenmikroorganismen. Wenn ich breit aufgestellt bin, überleben wieder welche die Trockenheit besser wie andere. Ich bin auch da wieder stabiler, oder? Ich werde stabiler, wenn ich vielfältiger wäre. Ich werde stabiler, weil die Wurzeln machen unterschiedliche Poren. Sie haben unterschiedliche Durchmesser, ob ich einen Rübsen anschaue oder ein Gras. Und da leben schon wieder unterschiedliche Bakterien drinnen, auch wenn die Wurzel abstirbt. Wenn das eingearbeitet ist. Die Vielfalt ist das Um und Auf, sage ich jetzt einmal. Wir haben gar nichts über den Humus geredet, weil er die Folge daraus ist. Wenn ich genau das alles berücksichtige, dann sollte es zwangsläufig dazu kommen, dass die Humusgehalte in meinem Boden besser werden. Und natürlich, der Humus ist einfach schon die messbare Größe, wie ich Bodenfruchtbarkeit ein bisschen beschreiben kann, aber definitiv nicht die einzige. Aber mit seinen vielfältigen Funktionen, besondere Wasserspeicherfähigkeit, besondere Nährstoffspeicherfähigkeit, ist der Humus natürlich schon etwas, wo ich meinen Fokus darauf richten soll. Allerdings ist für mich das Thema Kohlenstoffspeicherung im Humus schon eine sehr zweischneidige Geschichte. Warum? Weil es für mich wichtiger wäre, als die absolute Steigerung des Humusgehaltes zu bewerten und vielleicht monetär zu bewerten und zu bezahlen, ist einfach, dass das System dahinter passt. Denn wenn ich schon einmal sehr gut bin, komme ich nicht mehr recht vom Fleck, weil es natürlich der Humusgehalt nach oben begrenzt ist. Also das muss man ja sagen, das ist ja wichtig, die Botschaft. Es stellt sich ein Optimum an Humusgehalt ein, auch im Grünland. Man kann nicht unendlich mehr Humus machen. Das gleiche ist auch im Ackerbau. Und der Bio-Ackerbau arbeitet auf einem guter Bio-Ackerbau-Betrieb, hat gute Humusgehalte und steht dann natürlich irgendwann einmal an, oder? Denke ich einmal schon. Ja, es geht zumindest nicht so schnell weiter. Und wir lernen aber dazu noch laufend, wie Humus entsteht. Das hat es in den 25 Jahren, wo ich jetzt im Geschäft bin, auch ganz klar verändert, wo einfach Leute wie Gernot Bodner auch wirklich mit seiner Humustheorie, glaube ich, schon ganz gut liegen und uns gut erklären können, wie wir da noch einen Schritt weiter kommen, indem er eben auch diese lebende Wurzel und die Wurzelausscheidungen ganz hoch hält. Weil die sozusagen Struktur geben und auch Krümmelstruktur bringen und auch optimales Bodenleben fördern, oder? Genau, weil die machen im Wurzel Ausscheidungen. Die Pflanze tut ja nichts anderes als über die Photosynthese einfach Kohlenhydrate in den Boden pumpen und von dem lebt das Bodenleben. Und das Bodenleben ist ja… Verbaut den Boden wieder. Verbaut den Boden. Das Bakterien sind ja nichts anderes als eine Stickstoffquelle. Bakterien sterben aber sehr schnell wieder ab. Von diesen absterbenden Bakterien kann sich die Pflanzen wieder ernähren. Also das ist schon ein Kreislauf, der das ganze System gut erklärt. Leguminosen sind wichtig, aber es gehört jede Pflanzenfamilie eigentlich dazu. Und von daher auch in den Begrünungen. Nicht reine Leguminosen reingeben, sondern wirklich die Vielfalt. Das liegt mir sehr am Herzen, ja. Wie schaut es mit Nährstoffkreisläufen aus, mit Düngung hinsichtlich Klimawandelanpassung? Was sind da deine Knackpunkte, die du den Bäuerinnen und Bauern mitgeben möchtest? Das Thema Düngung ist schon wichtig, um Erträge zu erzielen. Das Thema Düngung sollte für mich, und das passierte in letzter Zeit, aber nicht dazu herhalten, dass ich sage, ich muss düngen, um Humus aufzubauen. Ja, Humus besteht nebst Kohlenstoff vor allem noch als Stickstoff. Und der Stickstoff muss woher kommen. Aber diesen Stickstoff jetzt synthetisch zuzuführen, kann für mich nicht die Lösung sein, um dann quasi dieses nachhaltige Produkt Humus zu erzeugen, wenn ich zuerst irgendwo aber dafür genauso Kohlenstoff verbraucht habe, um den Stickstoff zu produzieren. Aber ich muss das Ganze im Auge haben, dass ich meine Fruchtfolge einfach anpasse. Wenn ich einfach sage, ich bin ein Betrieb, der jetzt wenig Stickstoff zur Verfügung hat, weil ich selbst keine Tierhaltung habe, vielleicht auch keinen Kooperationsbetrieb habe, mit Tierhaltung, wo es Futter gegen Mist gibt oder so, dann muss ich halt Kulturen anbauen, die jetzt in ihrem Stickstoffbedarf geringer sind, um gleichzeitig auch noch Stickstoff zu haben, der den Humusgehalt im Boden anpasst. Und in Summe glaube ich, dass man, wenn das Gefüge im Boden passt, dass einfach über Leguminosen auf jeden Fall mehr Stickstoff reinkommen kann in den Boden, als wir langläufig auch von den Literaturzahlen her annehmen. Da ist das Potenzial sehr, sehr hoch. Typisches Beispiel vor zwei Jahren auf meinem eigenen Betrieb. Es hat gehagelt Nachbarn, die haben Säuer angebaut gehabt. Ich habe gehackt nach dem Hagel. Bei ihm war der Boden verschlemmt. Er hat nicht gehackt. Mein Säuer ist sofort wieder grün geworden dann, weil Luft in den Boden reinkommen ist. Und auf der Nebenparzelle ist einfach nichts passiert. Er hat eigentlich bis zum Herbst gebraucht, dass er sich gut entwickelt dann. Also Bodenstruktur und dass Luft reinkommt, ist einfach für mich genauso wichtig, wie Stickstoff auf den Acker zu bringen. Wie schaut es mit Phosphor aus? Phosphor ist, denke ich, ein großes Thema. Punkt Nährstoffversorgung, konventionell wie Bio. Phosphor ist einfach eine enden wollende Quelle mit den Sachen, die wir derzeit verwenden. Und da werden wir uns sicher nach Alternativen umschauen müssen, indem wir eben klassisch Phosphor aus Klärschlamm wieder herauszufiltern, herauszubekommen, um hier Nährstoffkreisläufe zu schließen. Weil der Phosphor kommt ja vom Boden über die Pflanze in die menschliche Ernährung. Und ist auch für das Bodenleben wichtig, oder? Gerade im Energiestoffwechsel ist Phosphor ganz zentral, auch bei den Mikroorganisationen. Ja, genau. Ist einfach notwendig. Und insgesamt glaube ich, dass dieses Nährstoffverhältnis im Boden viel wichtiger ist als die absolute Höhe. Dass einfach wirklich das Verhältnis da eine große Rolle spielt, auch für die Bodenstruktur. Also ich bin schon jemand, der sagt, auch im Bio-Ackerbau ist die Bodenchemie wichtig. Es ist notwendig, diese chemische Balance im Boden zwischen Calcium, Magnesium zum Beispiel, und den anderen Kationen, um Bodenstruktur zu ermöglichen, als Basis für die Bodenphysik. Und erst wenn die zwei Parameter halbwegs passen, dass ich Luft im Boden habe, dass chemisch genug Calcium und so weiter da ist, dann kann das Bodenleben auch gut arbeiten. Und damit können dann die Pflanzenwurzeln gut wachsen. Also diese drei Säulen, Bodenchemie, Bodenbiologie und Bodenphysik, die hängen ganz klar zusammen und müssen alle drei berücksichtigt werden. Wie geht es denn dir mit den immer größer werdenden Maschinen? Oder ist es eh nicht so? Wenn man halt auf der Gemeindestraße durch die Gegend fährt, dann merkt man, dass die immer größer werden, weil man kommt eigentlich nicht mehr an diesen Gerätschaften vorbei, die wirklich auf der Straße zum Teil gar nicht mehr fahren dürften, aber auf dem Ocker schon herumfahren. Ich persönlich bin ein Fan davon, dass man da kleiner bleibt, weil man einfach in meinen Augen flexibler ist. Ich bin nicht ein riesen Fan von Kontrolltraffic oder so, wo ich dann sage, ich habe immer meine Fahrspuren und da fahre ich mit den riesen Geräten dafür rein. Aber da will ich auch gar nicht produzieren, sondern ich habe alle 20 Meter eine Fahrspur, wo eben eh darunter natürlich alles tot ist. Also in meinen Augen sollte ganz egal, wo ich mit meinem Gerät drüber fahre, sollte darunter die Bodenstruktur geschont werden. Der erste Schritt ganz klar und wirklich einfach umzusetzen ist einfach das Thema Reifendruck, wo ich wirklich bemüht bin, einfach den Betrieben das näher zu bringen, wie wichtig das ist, dass man den Reifendruck anpasst. Viel effizienter in meinen Augen, weil du hast große Maschinen angesprochen. Ich kann einfach das größer werdende Maschinen mit den Reifen nicht mehr ausgleichen. Ich kann dort mit Reifendruck nicht mehr wirklich arbeiten. Es macht für mich keinen Sinn, in diese Richtung zu gehen. Okay, also das zählt natürlich auch langfristig schon zur Klimawandelanpassung, dass ich mit den richtigen Geräten an den richtigen Böden arbeite, oder? Das kann gar nicht anders funktionieren und es ist einfach für mich eine Acker keine Industriehalle, wo ich sage, ich habe Fahrspuren und daneben wird gearbeitet. Wie das eben am Fließband vielleicht der Fall ist und ein Acker ist ein Lebewesen an sich als Ganzes. Und ich denke mir, das sollte man auch so berücksichtigen und wirklich einfach das Bodenleben, das insgesamt da ist, die Fähigkeit des Bodens träge zu erbringen, insgesamt auch viel stärker berücksichtigen. Du bist relativ viel bei den Bäuerinnen und Bauern oder sehr viel bei den Bäuerinnen und Bauern draußen. Wie geht es den Bäuerinnen und Bauern in diesem Klimawandel? Spürst du irgendwie Verunsicherung und was bedeutet das für eure Arbeit? Diese Verunsicherung ist schon da. So gut es auch läuft, hört man dann immer wieder so, aber was wird im Sommer sein? Wird es uns so gehen wie im Feuer? Die Erfahrungen sind ja da, dass es einfach ein gutes Frühjahr nach Lanka eine gute Ernte bedeutet. Und das merkt man schon, das drückt ein bisschen. Also dieser Optimismus, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat, okay, das habe ich jetzt schon im Trockenen oder so, der ist eigentlich weg. Das gibt es nicht, das gibt es nicht mehr. Ja, und damit müssen sie einfach Leben lernen. Wie begleitet sich die Bäuerinnen und Bauern dabei? Einfach mit den Sachen, die ich zuerst aufzählt habe, dass ich einfach sage, wird es vielfältiger, wird es diverser. Damit können sie einfach das Risiko ausnehmen. Und vor allem ist Größe das Thema, weil wenn ich auf 100 Hektar keinen Trag habe, ist es gleich weniger, als wenn ich auf 10 Hektar keinen Trag habe. Sondern es geht einfach darum, dass ich mir die Fläche, die ich habe, dass ich mir da gut Gedanken darüber mache, was ist gut für den Boden. Und das wird zunehmend wichtiger. Und damit schließe ich wieder der Kreis zum Pflug. Beim Pflug geht es nur darum, was ist gut für den Ertrag. Alle anderen Faktoren sind dort eigentlich ziemlich ausgeblendet, sonst würde man nicht so intensiv verwenden. Und das muss ich mir einfach langfristig immer stärker in den Fokus holen. Was ist gut für meinen Boden? Dann wird auch der Ertrag passen und die Qualität der Früchte passen. Das ist auch ein Faktor, der mich schon dazu bringt, zu sagen, die haben sich wirklich was gedacht, diese Gründerväter vom Biolandbau, wie sie den Boden so in den Fokus gestellt haben. Weil wir schon sehen, einfach ein gesunder, belebter Boden. Die Pflanzen sind robuster, widerstandsfähiger. Da ist wirklich was dran. Und wenn man gut hinschaut, dann sieht man das. Und das finde ich echt faszinierend. Wo kann man sich da informieren? Macht ihr Feldtage, Bodentage, wo ihr die Bäuerinnen und Bauern jetzt wirklich, wenn da jetzt jemand zuhält und sagt, okay, ich möchte jetzt mit dem Köstbauer Heinz das optimieren, wie gehe ich vor? Also grundsätzlich bieten wir als Bioernte Steiermarker Beratungsgespräche an. Viel wichtiger und spannender finde ich aber noch beispielsweise die Felderbegehungen, die wir ab Mai meistens haben dann. Wo wir uns am Nachmittagabend auf Betrieben treffen mit einer Gruppe von Betrieben aus der Region. Weil der Köstbauer nicht der allergescheiteste ist, sondern die Kombination oder das Zusammentreffen vieler Leute einfach das allergescheiteste ist. Und wenn man dann am Ocker draußen steht und einfach Sachen, die gelungen sind und Sachen, die nicht gelungen sind diskutiert. Die schaut sich eigentlich nicht so gelungenen Dinge an, was Sinn macht im Leben, oder? Ich merke, ich höre nur die Rückmeldungen selber, habe ich da nicht mehr so viel Einblick. Aber ich höre immer wieder Betriebe, die neu umstellen auf Bio und zu uns kommen und sagen, diese Offenheit gibt es im konventionellen Bereich nicht. Und die ist bei uns wirklich zum Glück noch da und ich gehe auf keinen Betrieb, der am Anfang schon sagt, das sage ich nicht her. Lernen tun wir nämlich von beiden. Der fährt sagen, was gut gelungen ist, aber ich möchte auch darüber reden und ich glaube, das ist auch für den Betrieb wichtig. Wenn etwas schiefgegangen ist, weil gerade die Erfahrung der anderen, zum Teil aus der Region stammenden Betriebe, hilft dem, den Fehler zu vermeiden oder drauf zu kommen, was hätte er besser machen können. Und wo finde ich die Termine? Die Termine sind auf unserer Homepage dann, sobald sie feststehen. Das heilige Jahr zeigt es wieder, es macht keinen Sinn eigentlich im Vorjahr schon Termine festzulegen, weil man einfach nicht weiß, wann kann angebaut werden. Im Vorjahr ist ein Großteil der Kulturen im Mai angebaut geworden. Also regelmäßig vorbeischauen auf der Homepage? Auf der Homepage www.ernte-steiermark.at www.ernte.steiermark.at Und da kann man sich dann auch anmelden? Genau, da findet man die Termine. Zum Teil sind sie ohne Anmeldung, zum Teil sind sie mit Anmeldung. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Es gibt auf der Homepage bio-austria.at eine Reihe von Infomaterialien, Fachbroschüren, zum Teil kostenlos zum Downloaden oder anschauen, zum Teil auch nur im Mitgliederbereich dann. Aber ansonsten auch gerne mit uns im Büro in Verbindung setzen. Ich glaube, das ist spannend und ich merke es beispielsweise auch in meiner Heimatgemeinde. Dieser Austausch zwischen konventionell und bio, der macht auch Sinn. Also ich möchte durchaus auch konventionelle Betriebe ansprechen, die sich einfach mit Boden stärker auseinandersetzen, weil man schon voneinander lernen kann. Ja, und im Prinzip eben minimale Bodenbearbeitung ist ja nicht nur ein Bio-Thema. Zwischenfrüchte ist nicht nur ein Bio-Thema. Biodiversitätsflächenanbau ist nicht nur ein Bio-Thema. Also der konventionelle Bereich ist ja auch gefordert, sich umzustellen und mitzuziehen. Und da sind die Bios wirklich die Pioniere in vielem, oder? Genau, und es passiert sehr viel Forschung immer noch im konventionellen Ackerbau. Und es wird gar nicht gehen, dass wir diese Ergebnisse nicht mit zu uns reinholen, auf uns runterbrechen, diskutieren und dann halt eigene Versuche anstellen. Und genau diese Erfahrungen, die konventionelle Betriebe eben gemacht haben, die dann vielleicht was riskieren, was wir gar nicht riskieren würden, weil sie eh immer noch Feuerwehrmittel wie Pflanzenschutz und Servizide haben. Diese Erfahrungen können wir dann nutzen. Wenn die sagen, okay, das ist eigentlich zumindest fast gegangen, dann können wir versuchen, das zu optimieren und auch im Bio-Bereich umzusetzen. Das finde ich sehr spannend. Also wir sind Lernen voneinander und das macht durchaus Sinn. Ich danke für das interessante Gespräch. Ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin alles Gute, dass du weiter für den Bio-Ackerbau so brennst. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für's Dabeisein und für's Zuhören und wünsche Ihnen auch zu Hause alles Gute. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.